Also, Messer mit Ansage, würde ich sagen. Bruder, ich will ein Messer. Nein! Ach, Mann. Jetzt schaust du dich in die Hose? Junge, ich bin an der AWP-High vorbei gefetzt, Alter. Gefetzt. Das Messer, oder? Richtig geil. Was hast du bekommen? Mach mal. Nein, Shotgun. Rinova? Nein! Nein! Lava! Messer, Digga, Messer. Ich hab aufgenommen. Ich hab aufgenommen. Der Trick sogar. Der Trick, Alter. Ich mach Screenshot. Ein Satz erprobt, Digga. Ich schwöre auf meinen Penis, Mann. Alter, hat er nicht. Doch. Ich hab Screenshot gemacht. Ich lad auf Steam hoch. Welches? Alter. Oh, Digga. Mit Ansage, mit Ansage. Du eh nicht. Alter, mein Puls zerb 153, Mann. Erlabe, bestimmt so vom Store oder so. Nee. Er hat kein Messer gezogen. Kann man das nachgucken nochmal? Ich hab dich gerade aufgenommen, du Bengel, Alter. Ja, trotzdem hast du kein Messer. Okay, dann... Hat er echt? M9 Bayonet, Alter. In Safari Mesh. Nee, nicht Safari Mesh. Ja, das ist das. In Wald irgendwas. Hey, wo ist das jetzt? Hey, wo ist das jetzt? Hey, wo ist das? Hey, wo ist das? Screenshot. Ah. Digga. Mein Herz. Haha. Okay, man kann ein bisschen überdrehen. Sorry. So, mit Ansage, das zweite Messer? Hey, wie hast du das hingekriegt? Ja, ich hab gezogen. Komm, AWP jetzt oder irgendwas, Digga. Nee, ist der Trick aber. Ja, 0. Nice, get it. Danke. Läuft bei dir.